Wenn Sie den Bittrex24 Account öffnen, begrüßen Sie Ihre virtuelle Stempelohr, womit Sie Ihren Arbeitstag beginnen können. Wenn Sie vergessen haben, den Tag pünktlich zu starten, können Sie den mit anderer Zeit beginnen. Erklären Sie den Grund der Zeitveränderung und geben Sie die korrekte Zeit an. Ihr Vorgesetzter sollte die Änderung genehmigen, damit sie eingerechnet wird. Ihre Arbeitszeit wird ab diesem Moment automatisch erfasst. Um den Tag anzuhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Pause. In Ihrem Tagesplan haben Sie eine To-Do-Liste mit allen Terminen und Aufgaben, die Sie zur Tagesplanung hinzufügen können. Man kann Termine und Aufgaben direkt in der Liste erstellen, auswählen sowie fertigstellen. Um den Tag zu beenden, klicken Sie auf den roten Button. Sie können auch den Tag mit anderer Zeit beenden, aber das muss begründet werden. In der Tagesübersicht geben Sie an, welche Arbeit geleistet wurde. Nachdem Sie den Tag beendet haben, wird automatisch ein Tagesbericht erstellt. Hier finden Sie Ihre Arbeitszeitdauer, Tagesübersicht und alle Daten der To-Do-Liste. Hier finden Sie eine neue Frage. Vielen Dank.